Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema mit Jesus durch das Feuer gehen. Es gibt viele Gründe, warum man angespannt, gestresst, genervt und sauer sein kann. Aber Sie haben ein besseres Leben, wenn Sie entspannt sind. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie müssen sich nicht sorgen. Jesus Christus ist bei Ihnen und Sie sind nicht allein. Sie sind mutig. Sie sind stärker, als Sie ahnen. Sind Sie bereit, das zu glauben und mit Jesus durchs Feuer zu gehen? Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen. Amen.